Ich will jetzt nicht noch mal aufgreifen, aber das Thema Gendern hat ja sehr viele... Ich will jetzt nicht noch mal aufgreifen, aber... Jetzt laufe ich. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Tino, was hast du eben hier irgendwie... Heute wird eine richtig schöne... Da wird ganz viel über so YouTuber geredet, die ins Klo gegriffen haben oder sich getrennt haben und dann wieder doch nicht, wie dieser Cymax, der in Spanien mit Scheiße geworfen hat. Solche Sachen haben wir diese Woche ganz viel. Genau, nur ausschließlich. Es wird eine sehr YouTube-Pipikaka-lastige Ausgabe. Geil. Da freue ich mich ja ganz arg. Nee, du hast Gegenteiliges behauptet, aber das verraten wir erst, nachdem wir uns vorgestellt haben. Wir senden nämlich ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir als Brennpunkt Internet namentlich Tinko anranzen und Räube Nostra Languste. Sehr gut. Ja, was gibt es heute Schönes, Tino? Du hast gesagt, Politik ist ganz groß. Ja, es ist eine Ausgabe, meiner Meinung nach, die sehr, sehr, sehr politisch veranlagt ist, weil viele... Es gab Videos mit rassistischen Vorfällen. Es gab den 1. Mai. Es gab diesen Amtsrichter aus Weimar, wo jetzt irgendwie ein Blumenstrauß niedergelegt werden sollte. Es ist viel passiert, was in die Richtung Rassismus geht und nicht zum Thema Gendern. Ja, nachdem letzte Woche hier ein Kopfgeld ausgerufen wurde, hat diese Woche Weimar ausgesehen, als wären alle auf der Jagd nach diesem Kopfgeld. Da war einiges los. Aber Tino, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. Ja. Warum ist denn heute Montag? Ja, du hast in der Nostrafo-Telegram-Gruppe erzählt, dass es nur an mir lag, weil ich demonstrieren musste. Nein, nicht demonstrieren. Du hast Demonstranten verwackelt und Polizisten angezündet. Gib's zu. Das ist deine Meinung. Du bist dieser schwarze Block, von dem man immer hört. Du alleine. Meine Meinung ist, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Denn ich habe vorgeschlagen, weil ich Samstag beschäftigt bin, können wir ja einen Freitag aufnehmen. Ja. Aber der Herr Nostra-Bambus hatte keine Kopfhörer dabei im ganzen Haushalt. Ja. Und wem haben wir das zu verdanken? Den Querdenkern. Weil hätten die sich mehr an die Lockdowns gehalten, wäre Corona jetzt bestimmt schon längst besiegt und wir könnten wieder in Persona miteinander sprechen. Das stimmt. Also mich trifft keine Schuld. Obwohl ich ja geimpft bin zur Hälfte und ich mache auch jede Woche einen Test mindestens. Aber trotzdem kann man nicht vorsichtig genug sein. Wir wissen ja auch nicht, ob man trotzdem als geimpfter Mensch so ein Coronavirus übertragen kann. Sie sind noch nicht ganz klar. Ich glaube, übertragen kannst du ihn quasi. Du kannst ihn auch einfach an dir dran haben, ohne dass du dasselbe hast. Aber ich glaube, ich hatte eine Statistik gelesen, dass irgendwie 99,6 Leute, die die zweite Impfung hatten, auch keinen Corona mehr bekommen haben. Kein Covid. Genau. Und es gab trotzdem Fälle von Leuten in Altenheimen, die geimpft waren, aber positiv getestet worden sind, wo es erst einen riesen Aufschrei gab. Oh, wie kann das denn sein? Die sind geimpft, haben trotzdem Corona bekommen. Ja, die haben den Virus bekommen, aber hatten gar keinen bis leichte Verläufe, was ja zeigt, dass die Impfung funktioniert. Ja. True that. Also, Tino, wenn du hier die ganze Zeit irgendwie über irgendwelche Armin Laschets und Merzens und Maaßens, dass Maaßes voll reden willst, ganz so gerne machen. Ich kann dagegen halten, Tino. Ich kann dagegen halten. Ich habe ganz viel Larifari und YouTuber und LOL und lustige kleine Sachen. Das mit dem Zymax hatte ich ja schon angesprochen. Das war, glaube ich, Ende letzter Woche schon. Von dem hatte ich berichtet, der nach Barcelona ist und da mit Scheiße nach Leuten geworfen hat. Der hat sich irgendwie mit seiner Freundin getrennt, weil es irgend so einen ominösen Spanier gab, der irgendwie mit ihr, also sie ist mit ihm fremdgegangen und jetzt sind sie aber doch wieder zusammen, vermutlich. Und dann gab es ein Statement von einem Typen, der in ganz schlecht gefaketem spanischen Akzent so gesagt hat, ja, ich bin der Spanier. Und der hat halt so ein Statement gemacht. Aber das war halt irgend so ein Typ. Hallo, ich bin Spanier. Ich komme hier aus Spanien und ich bin, ich habe mit der Frau des YouTubers geschlafen und jetzt sind wir aber alle trotzdem beste Freunde. Boah, genau so war das. Und außerdem, bevor wir zu sehr ins Politische abdriften, Tino, es gab ein paar geile Events, muss man sagen. Zum einen kannst du dich jetzt mal selbst doxen, inwiefern du wohlhabender Mensch jetzt auf mindestens 38 Konzerts, Konzerts, Alter, Konzerze. Du gehst nämlich auf die Ärzte-Konzerte. Ja. In den nächsten zwei Jahren. Da ist was passiert, habe ich gehört. Also ich will nicht sagen, dass ich wohlhabend bin. Ich glaube, alleine diese ganzen Ärzte-Konzertkarten haben mich in den Ruin getrieben. Aber ich fahre jetzt tatsächlich auf vier Ärzte-Konzerte im nächsten Jahr. Ja, und dieses Jahr auch. Also planmäßig ist ja auch eins in Erfurt im Dezember von der In The Ad Tonight Tour und von den anderen, die sind dann alle nächstes Jahr irgendwann im August und bla bla. Ja. Berlin, Berlin und Erfurt. Geilo. Und ich freue mich mega drauf, aber auch auf das Album, was ja erscheinen soll noch in diesem Jahr. Das heißt, wir werden auf den Konzerten vielleicht auch ganz viele neue Songs hören. Nice. Wenn die aber, ne, du weißt, wenn die, wenn die, äh, hier, ich komm grad nicht auf den Namen, wenn die alle Richtung, ja, dieses Verschwörungslied Dings hier, oder Achtung, Bielefeld, wenn die in diese Richtung gehen, hm, ich weiß nicht. Naja, es kann ja sein, dass es wieder ein bisschen doch Farin-lastiger ist, dass sie jetzt allgemein mehr auf Farin gehen, würde ich mir wünschen. Aber ich gönne auch Bela den großen Erfolg und das große Geld, weil ja auch jeweils der Komponist am meisten Geld einnimmt durch die GEMA und so weiter. Hm. Aber ich find's mit mir persönlich auch eher ein Farin-lastiges Album und kein Bela-Album. Na gut, dann komm. Ich als Ärzte-Experte. Ja, äh, dann kommen wir noch zu einer anderen Sache, bevor wir hier zu sehr auf unserer eigenen Scheiße rumreiten. Ähm, der Josh-Fight. Hast du den mitbekommen? Meinst du, die, die ganzen Menschen, die Josh heißen, die sich bekämpft haben? Ja. Der Josh-Fight. Ein großes Meme gewesen. Irgendwie aus Meme-Gründen einfach mal so eine Facebook-Rundmail-Gruppe erstellt. Und da hieß es, ey, ihr fragt euch, warum ich euch hier alle zusammengerufen habe. Ja, weil wir alle Josh heißen. Und dann hat er halt random Koordinaten geschickt und meinte hier, in einem Jahr gibt's hier ein großes Battle. Der letzte Überlebende darf den Namen Josh behalten. Alle anderen müssen ihren Namen ändern. Das war ursprünglich nur so ein Shit-Post, aber das Foto ist halt mega viral gegangen. Deswegen ging's dann halt immer mehr so, ey, das muss halt wirklich passieren. Geiles Event, geiles Event. Aber, ähm, die Koordinaten waren halt irgendwie auf so einem privaten Hof. Sodass man dann quasi umdisponieren musste und das ist jetzt irgendwo, ich weiß nicht, Mississippi, Alabama, irgend so was. Irgend so ein, alle sind Geschwisterstaat. Und da gab es jetzt einen großen Kampf zwischen den Joshs mit Schwimmnudeln. Gibt's da Videos davon? Da gibt's natürlich auch Videos davon. Sehr, sehr geil. Gewonnen hat und das ist so richtig schön wholesome. Lass mich raten, Josh. Ja, richtig. Aber welcher Josh? Der Josh, der gewonnen hat. Richtig. Ein fünfjähriger Junge namens Josh hat gewonnen. Das ist doch richtig schön. Im Zuge dieses ganzen Events sind auch sehr viele, ähm, Gelder eingenommen worden. Ich glaub, 8000 Dollar wurden dann gespendet. und das Einzige, was ich da halt schon ein bisschen witzig finde, normalerweise so, wenn irgendwie, weißt du, wenn Leugner sich treffen, oh, seid ihr alle bescheuert? Aber wenn da Joshfeit ist, da ist es allen egal, dass Corona ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Amerika ist jetzt, glaub ich, auch schon relativ weit durchgeimpft. Ich glaube, 100 Millionen Erwachsene hatte ich gelesen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also immerhin. Aber trotzdem vielleicht nicht das beste Event für eine Pandemie. Ja, die lassen ja schon viel wieder zu. Auch die UFC hat wieder Zuschauer zugelassen oder auch die WWE bei ihren Live-Events. Also da fängt zu langsam, aber sicher das normale Leben wieder an. So ein bisschen zumindest. Ja. Aufgrund der Impfungen und hier in unserem Land wird der Virus noch geleugnet zum Teil und Impfungen werden als Giftspritzen betitelt. Das heißt, wir dürfen noch sehr lange darauf warten, dass bei uns Ähnliches eintreten wird. Ja, ja, ja. Aber wir hatten ja dafür ja auch so ein geiles Event, Tino. Der 1. Mai immer dabei. Ich an vorderster Front mit Schutz, das Video noch nicht gesehen hat auf Robin Osterrafo, ist das Video Querdenker in Real Life Online. Und meine Fresse, das war ein tolles Event, aber da waren ein paar Gestalten dabei. Das hat mir schon die Ohren zum Schlackern gebracht. Aber es war überraschend, gemischt. Also wir haben auch das Gespräch gesucht mit Leuten oder die eigentlich fast eher mit uns. Also ich war mit so ein paar Leuten mit Abstand unterwegs und Masken und haben uns da so hingestellt. Und ich kenne das ja so von älteren Demonstrationen, so links gegen rechts, dass die echt knallhart getrennt worden sind von der Polizei. Das war gestern anfangs überhaupt nicht so. Da waren alle irgendwie durchmischt, haben Diskussionen geführt und da haben so Leute aus der linken Seite Musik gemacht und rechte haben dazu dann irgendwie getanzt und Grundgesetze hochgehalten und so. Das war richtig weird. Und irgendwann gab es dann so eine Meldung, dass irgendwie ein Bus mit Neonazis und Faschisten auf dem Weg nach Weimar ist. Dann fing es an, ungemütlich zu werden. Und dann hat die Polizei immer mehr angefangen, die Menschen zu trennen. Und dann wollten die Querdenker doch irgendwie ihre Blumen und weißen Rosen vor dem Amtsgericht abstellen. Dieses weiße Rosen-Ding, Alter. Ja, es war lächerlich, weil es gab diesen Weimarer Amtsrichter, der hat über seine Kompetenz hinaus ein Urteil gefällt, was er eigentlich gar nicht durfte. Und es ist halt jetzt irgendwie entlassen worden und es gibt Ermittlungen gegen ihn und auch irgendwie eine Hausdurchsuchung. Und da wollten die jetzt aus ganz Deutschland... Er wird mundtot gemacht, Tino, weil der mal, weißt du, weil der mal für Recht in Ordnung sorgen wollte, wird er jetzt mundtot gemacht. Genau, er wollte die Maskenpflicht an Thüringer Schulen abschaffen und deswegen kamen die alle aus München und sonst woher und wollten da jetzt weiße Rosen abliefern und durften es aber eigentlich nicht. Und es gab auch Verbote, Demoverbote für die querdenkenden Menschen und trotzdem sind die alle angereist gestern und durften machen, was sie wollen. Es gibt spannende Videos von Querdenkern, die da irgendwie Händchen halten, Tringelpiez mit Anfassen spielen und da irgendwie rumtanzen und die Bullen halt nur zugucken und sie machen lassen. Ohne Abstand, ohne Masken. Also ich suche noch verzweifelt nach einem Video und zwar genau neben mir, als ich da mit diesem Ball rum durch die Menge bin, wurde einer relativ aggressiv und hat Pfefferspray ins Gesicht bekommen und ist daraufhin aber noch mehr durchgedreht und hat geschrien, ihr scheiß Satanisten, ihr werdet mich nie besiegen, ich werde immer stärker. Ich habe es leider nicht auf Video, aber viele Leute haben es gefilmt, deswegen muss das eigentlich früher oder später im Netz auftauchen, also wenn ihr das findet, lasst mir das Ja zukommen, Alter, es ist so geil. Noch nicht, ich habe ja geguckt nach dem Hashtag Be0105 oder andersrum und das gab es dann auch nicht, aber viele andere lustige Videos von irgendwelchen Leuten, die schief irgendwelche Corona-Lieder singen und so. Oh ja. Es ist echt sehr cringy. Ja, aber ich muss sagen, es war jetzt nicht so, wie man es vielleicht von manchen Bildern aus Sachsen oder so gewohnt ist, dass dann da irgendwie viele oder auch vom Dings hier in Berlin, dass da irgendwie Reichsflaggen geflattert sind oder sowas, das habe ich nicht gesehen. Es waren ein paar Leute da mit so rechten Tätowierungen und so, aber ich würde schon den Großteil, 80 Prozent, so als die typischen Alternativmediziner, sage ich mal, also die Leute, die so, weißt du, da machen wir mal hier schön uns einen Stein auf die Stirn und dann geht es uns wieder gut und, ne? Ja, das stimmt schon. Es waren viele dabei, die ich auch nicht als Rechtsradikale einordnen würde, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass ja viele dieser Demos von tatsächlich Neonazis angemeldet worden sind, vom Dritten Weg und so weiter und die laufen ja auch mit denen mit und das ist ja an sich schon so ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, auch wenn die es nicht wahrhaben wollen, auch in den Gesprächen gestern hieß es immer, ich sehe hier keine Neonazis, es sind alles nur friedliche Menschen. Der, mit dem wir kurz geredet haben, da war sein erster, sein erster Move natürlich, ja weißt du, wie leicht, das ist ja Leute einzuschleusen und da denke ich mir auch, ja okay, also erstens, warum ist das deine allererste und einfachste Erklärung, alles ist immer irgendwie Verschwörung, zweitens, okay, also kann schon sein, aber also wenn ich mich als V-Mann irgendwo einschleusen würde, ey, da, mir würde aber was fehlen, mir irgendwelche rechte Tattoos dann extra dafür aufzutätowieren, das ist ja, das ist ja unangenehm, also da hört der Spaß auf, da sack ich lieber mein Antifa-Geld ein. Es gab schon immer so einen Quatsch, dass irgendwie Nazis in diese Demonstrationen da reingewürfelt werden, ich weiß nicht, es gibt da keine Beweise dafür, klar gab es bei der NPD viele Vormänner damals, aber auf diesen Demos laufen halt echt Faschisten rum, die man auch schon seit Jahrzehnten kennt, die auf irgendwelchen Nazi-Demos rumlaufen und die werden nicht auf einmal bezahlt werden, um da mitzulaufen mit Reichskriegsflaggen, aber die gab es gestern nicht, die Reichskriegsflaggen, das stimmt, ich habe auch keine gesehen, aber es gab, also es war völlig weird für uns, weil wir waren ja so auf dieser DGB-Seite und auf der linken Seite und gegenüber von uns waren dann die Querdenker, die gerufen haben, Nazis raus und auch Regenbogenflacken mit irgendwelchen Peace-Zeichen hatten, das war so verwirrend für einen selber, also für mich. Also ich muss dazu sagen, durch Discord habe ich gerade ein bisschen nicht rausgehört, da war irgendwie so eine Störung, aber ja, was Tino sagt, was Tino sagt. Ja, du bist von mir auch gerade sehr abgehackt. Scheiße, scheiß Discord, Mann, Leute, hättet ihr euch mal an den Lockdown gehalten. Danke Merkel. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass diese Leute immer mit diesen Verschwörungs-Sachen, also weißt du, alles ist immer irgendwie Verschwörung, alles ist irgendwie, da steckt jemand dahinter und es ist nicht irgendwie vielleicht ganz einfach. Das ist ja auch, ich glaube, Occam's Rasiermesser, Occam's Razor heißt es, dass in den meisten Fällen die einfachste Erklärung die richtige ist, sozusagen. Und die einfachste Erklärung in dem Fall wäre halt, ja, da sind halt einfach Nazis und nicht, da sind eingeschleuste Leute und so. Das ist immer die letzte Erklärung, wenn sie keine Argumente mehr haben, dann kommt immer, ja, die wurden ja alle bezahlt, die Experten. Ja. Auch das Gespräch gestern hatten mit Leuten so über Studien und wir auch dann gesagt haben, ja, es mag vielleicht Studien geben, die behaupten, dass Masken schädlich seien, aber das sind vielleicht drei Prozent der Wissenschaftler, die das aussagen und die anderen 97 Prozent sagen das Gegenteil so. Ja. Das kommt auch nur als Argument, ja, die sind alle gekauft oder bezahlt, die haben ja alle ein Interesse und wollen irgendwie ihr Gesicht nicht verlieren. Ja. Was willst du denn dagegen argumentieren? Tja. Aber jedenfalls, um es noch kurz abzurunden, der Sinn war ja, weswegen die Menschen nach Weimar kamen, um diesen Amtsrichter Solidarität zu überbringen mit Weißen Rosen und hatten auch so Schilder dabei, wo drauf stand, wir wollen einen funktionierenden Rechtsstaat, wo Rechte durchgesetzt werden und gleichzeitig umgehen sie ein Demoverbot und kommen trotzdem irgendwie nach Weimar. Das war alles sehr widersprüchlich. Ja. Also das ist der Punkt, wo ich am meisten quasi mitfühle, einfach dieses Demo wird verboten, auf dem Papier klingt das halt schon nicht so geil, weißt du. Aber man muss natürlich dann auch sich das ein bisschen genauer anschauen. Ja, es gab ja auch Gründe dafür, also auch Herr Kleiner, der Bürgermeister, hat ja so einen öffentlichen Brief veröffentlicht, wo er auch drin geschrieben hat. Einen öffentlichen Brief veröffentlicht. Ja, also so nach dem Motto, dass es deswegen verboten wird, weil es halt bereits Gewaltexzesse gab in der Vergangenheit in anderen Städten und das Weimar nicht zur Rest der Rampe von solchen Leuten sein soll, nur weil es woanders verboten worden ist, müssen wir das nicht gestatten und so weiter. Und das ist ja mit Weimar wenig zu tun hat, irgendwie wenn die das erste in München veranstalten wollten und so, es hat schon irgendwie seinen Sinn gehabt. Ja. Und auch, weil man ja auch, die Polizei musste ja auch, hat ja auch erahnt, dass bei der Demo, wenn die das anmelden, die Querdenker, dass auch die Maßnahmen nicht eingehalten werden, wie in der Vergangenheit auch. Und da kann man durchaus auch in einem Rechtsstaat und eine Demo auch verbieten. Ja. Du Systemling. Selber. Weißt du, was für ein Groß-Event war diese Woche? Äh, nein. Die Oscars, Tino. Ach, stimmt. Die Oscars. Wichtiger denn je, denn ich weiß doch auch nicht. Die Oscars. Ich hatte gar keine Ahnung. Ja, also ich habe sie nicht live verfolgt, mache ich eigentlich nie. Aber ich wollte es zumindest erwähnen, ja. Ich habe auch irgendwie echt, also dieses Jahr echt wenig gesehen. Also bester Film zum Beispiel ist Nomadland geworden. Habe ich bis jetzt überhaupt nichts von mitbekommen. Ich auch nicht. Ein paar Nominierte hatte ich gesehen, Trial of Chicago 7, ganz geil. Passt vielleicht auch zum aktuellen Thema ein bisschen. Ähm, ja, Also das Spannendste war so, dass ich glaube, die zweite Frau überhaupt mit einem Oscar für Regie ausgedingst wurde, ausgezeichnet. Stimmt, das war eine große Meldung, die ich gelesen habe, genau. Und ach, da kann ich aber auch gleich, äh, gleich reingrätschen mit einer Sache. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das war, Tino, aber da war wieder so ein richtig geiler Tweet, da hieß es irgendwie hier, äh, die obersten zehn ganz reichen Leute wieder, oder nee, irgendwie die, die ganzen CEOs von irgendwelchen Firmen und was sie verdienen und irgendeine, so eine Repräsentantin in Amerika schreibt halt dazu, wo sind die Frauen? So, und da ist halt irgendwie, das, das Gesprächsthema ist halt nicht, guck mal, wie abartig viel diese Leute verdienen, sondern ey, warum sind da keine Frauen, die so abartig viel verdienen? Finde ich alles immer ein bisschen komisch, aber egal. Das sind halt beides, beides Probleme, also sowohl, dass, dass so wenige Menschen so viel Geld besitzen, aber auch, dass diejenigen zufällig alles Männer sind. Das sind beides Probleme. Ja, die sich auch nicht, nicht aufwiegen, finde ich. Also, man sollte beide, beide Seiten irgendwie auflösen und irgendwie gucken, dass sowohl mehr Menschen mehr Geld haben und nicht nur, nur wenige mehr haben und es auch, äh, irgendwie Frauen gefördert werden. Ich mach mal, ich mach mal einen wieder übertriebenen, überspitzen Vergleich auf, ja. Oh, warum werden nur Uiguren Frauen sterilisiert? Warum nicht auch Männer? Was soll das? Weißt du, ich finde einfach, dass das vom, vom einen Problem ein bisschen sinnlos ablenkt. Dann kann man gerne in anderen Bereichen darauf hinweisen, dass da Frauen irgendwie unterrepräsentiert sind, aber bei so einer Sache, ich weiß nicht. Ja, finde ich ein schwieriger Vergleich. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, dass es halt trotzdem wieder so ein Spiegel ist, von dem, dass halt vor allem Männer immer absahen bei solchen Geschichten und Unternehmen leiten dürfen. Es ist schon trotzdem auch ein Spiegel des Ganzen. Wer nicht mehr in den Spiegel gucken kann, ist Juan Yora, oder wie ausgesprochen wird, Juan Yora. Ist das ein Juan-Sohn? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, was seine Mutter gearbeitet hat. Aber er ist bekannt geworden als Meme, ein spanisches Meme. Es ist der Mann, der in einer Talkshow saß und keine, also wenige Zähne im Mund hat und halt anfängt zu lachen ständig. Und da gibt es dann ganz viele Videos, wo sie dann so Untertitel einfügen, ähnlich wie man das bei der Hitler-Szene gemacht hat, der immer so nein, nein, nein gemacht hat. So bei ihm eben auch und hat dann irgendwelche lustigen Geschichten da reingeschrieben als Subtitel. Und der ist gestorben jetzt. Also der hat eine sehr geile Lache, muss ich an dieser Stelle noch mal loben. Ich mag diesen Clip sehr. Vor allem gibt es ja so ein paar Clips, die dann immer anders untertitelt werden. Einer davon ist ja auch dieser Hitler-Clip, ne? Kennst du auch, oder? Hat ich gerade angesprochen, ja. Oh. Ja, ich hatte gerade wieder eine Störung, es tut mir leid. Ja, bei dem Hitler-Clip ist ja für uns Deutsche das Schlechte, dass wir das verstehen. So, deswegen finde ich die nicht so geil. Aber bei dem, wenn ich es nicht verstehe, das ist richtig geil. Ja, das stimmt. Ich würde gerne wissen bei solchen Leuten wie bei Juan, ob der das geil fand, so berühmt zu werden oder ob der sich insgeheim geschämt hat. Ach, bestimmt nicht. Juan, geiler Typ. Klar war der cool, aber man weiß ja nicht, ob das ihn auch so ein bisschen belastet hat. Das war ja auch schon so bei Stefan Raab damals, bei dieser Frau Regine Zindler, die Möschentratzaun gesagt hat in irgendeiner Talkshow und dann aufgezogen worden ist. Die hatte jeder erfolgreich vergessen und verdrängt und jetzt hast du die Regine wieder ausgegraben, ey. Keiner hat sich an diesen nervigen Song erinnert und jetzt kommst du wieder an. Die arme Sau. Du machst das Leben zur Hölle. Ich hab mal recherchiert und hab dann mal zu ihr gegoogelt und die hat wohl auch abgesahnt so ein bisschen, hat halt auch Geld bekommen für diesen Song. Nicht viel, aber auch einiges und hat dann gemeint, es will aber nichts mehr mit Öffentlichkeit zu tun haben, ist irgendwie umgezogen und spricht nicht mehr mit der Presse. Schade. Ja. Aber die lebt noch, also Stand letztes Jahr. Ja, weil sie noch lebt, hast du ihr das Leben jetzt versaut? Weißt du, was wir für eine Reichweite haben? Jetzt kommen alle an. Regine, Regine. Gigantisch. Gigantisch. Geil. Was auch gigantisch ist, ist eine Zapfsäule. Keine Ahnung. Es tut mir leid, Jules. Hast du das mitbekommen mit der Zapfsäule? Äh, nee. Eine E-Ladesäule. Warte mal, mir wurde erklärt, erzählt gestern, dass in so Zapf, also in so Autos und in den Zapfsäulen irgendwie Hackfleisch reingesteckt wurde. Exakt. War das das? Exakt. Äh, E-Säule mit Hackfleisch beschädigt. Stillleben mit Hackfleisch heißt es hier auf Süddeutsche Zeitung Untertitelung. Zur Herstellung von Hamburgern eignen sich E-Ladesäulen schon mal nicht. Richtige Lustiggrüße bei der Süddeutschen. Und gleichzeitig Golem.de hat geschrieben E-Auto Ladesäulen gehackt. Oh, oh, weia. Ja. Fast, fast Brennpunktniveau. Ja, aber nur fast. Aber das Bild an sich, ich muss sagen, es ist so absurd, dass ich es wieder lustig finde. Ich finde es natürlich schade, das arme Tier, was da, ich rede schon wieder, ironisch. das arme Tier, was da auseinander gehäckselt wurde, nur um letztendlich in so einer Zapfsäule zu landen. Aber es ist so, so strange, absurd. Ich musste echt lachen, als ich es gesehen habe. Was mich zur Idee bringt, was, wenn Burger King oder irgendwelche anderen Filialen wirklich aus, aus so Zapfhänen Fleisch oder andere Produkte abfüllbar machen, anbieten für die Leute. Also echt kontaktlos, den du deinen eigenen Bürger machen kannst. Da kommt aus so einer Spritzpistole das Fleisch raus. Na, diese widerlichen Würste sind schon in so Naturdarm. Einfach immer Naturdarm aufschneiden und dann so rausdrücken. Mhm. Das ist doch voll die Idee. Ich glaube, dass diese Menschen, die das gemacht haben, nur viel weiter gedacht haben und diese Idee anstoßen wollten. Ja. Also. Fleischtanker. Von mir approved. Geile Situation. Drückt gerne euer Hack immer schön in Löcher rein. Aber weißt du, wer das gewesen ist? Waren das irgendwelche Klimaleugner oder irgendwelche Anti-Veganer, die das gemacht haben? das waren einfach besoffene Shit-Poster in real life. Ach so, langweilig. Also, ich glaube nicht, dass da was Deepes dahintersteckt. Das ist einfach nur ein kleiner Ulg. Nicht mal irgendwie so E-Auto-Kritik oder so. Nee, nee, nee. Nichts dergleichen. Langweilig. Also, ich finde ja solche Aktionen prinzipiell erstmal lustig, aber nur, wenn sie auch irgendwie einen Sinn haben und wenn sie irgendeine Aussage haben sollen, aber irgendwie von wegen, ich bin besoffen nachts und hab noch irgendwie Hackfleisch zu Hause und stopf das irgendwo in eine Zapfsäule rein, das finde ich, das finde ich ansehlich. Doch, du hast es gerade ausgesprochen und ich musste wieder lachen. Das ist richtig dumm. Naja, was nicht richtig dumm ist, sondern ein Akt des Heldentums und das war für mich das virale Video der Woche. Du hast es vermutlich nicht gesehen. Der Schwan. Der Schwan. Welcher Schwan? Ach, der Schwan, der Fuck the Police gemacht hat? Ja, ein Schwan in Weimar. Ein Weimarer Schwan. Eine unterschätzte Tierart, der ein Polizeiauto attackiert hat. Ja, erklär halt. Grätsch mir halt rein, wenn ich von meinem erzählen will. Ist okay. Ich dachte, das meinst du. One-uppe mich halt mit deinem scheiß viralen Video. Ich dachte, das meinst du. Mehr war es ja auch nicht. Es gab halt irgendwie in so einem Video, wie so ein Schwan ein Bullenauto angegriffen hat. Angegriffen. Mit Granaten. Ja, unter anderem. Unter anderem. Ja gut. Eine linksradikale Gans. Jemand anderes hat ein Auto angegriffen. Es gab nämlich einen versuchten vermeintlichen terroristischen Akt während der Wahl in Albanien. Da ist ein Typ mit einem Auto rumgefahren und wollte ganz viele Leute totfahren. Und da gibt es ein Video von, wie ganz viele Leute so um das Auto, das fährt so hin und her, wie fucking Herbie am Start. So, alle so außenrum und sind verzweifelt. Wie halten wir den auf? Und da kommt ein Motherfucker angerannt und dropkickt in dieses Auto durch die fucking Seitenfensteröffnung in das Gesicht von dem Typen rein. Es ist so fucking gut, Alter. Das will ich sehen. Dropkick ins Autofenster und zack gerettet. Aber gab es den Verletzten oder Tote? Tote gab es glaube ich nicht, aber Verletzte. Okay. Auch scheiße. Ist ja auch nur Albanien. Wen interessiert den Albanien? Ich glaube, Leon Mascher, der kommt aus Albanien. Macht der überhaupt noch was? Das ist meine einzige Verbindung. Ne, ich kam ja auch mal aus Albanien, als ich auf der Venus war. Ich kenne Leon Mascher nicht. Keine Ahnung, wo der herkommt, wo der hingeht. Wer auch mit einem agiert hat, der nicht wusste, wo er herkommt, war ein rassistischer Erfurter. Es ging ein Video viral, ganz traurig, wie ein naja, ein Erfurter Ehrenbürger einen jungen Syrer angegriffen hat. Ein richtig starker, du. Ein richtig krasser Typ. Das war halt so ein Dude, der irgendwie an seinem Fahrrad stand oder so und ein junger Syrer einfach nur da saß in der Straßenbahn und der der komische Erfurter hat ihn dann angemacht, so von wegen, geh dahin, wo du hergekommen bist, du trägst Vieh, du kommst hier in mein Land, du bist, verpist dich, wo du herkommst. Sein Land, das hat er selber, er war damals so eine Trümmerfrau, hat das aufgebaut. Genau. Und spuckte ihn an und hat ihm ins Gesicht getreten, mehrfach, und das Handy auf den Boden geworfen. Er hat sich dann gefühlt wie so ein richtig starker Landesretter, keine Ahnung, und ist dann geflüchtet und ist zum Glück dann einen Tag später gefasst worden von der Polizei und der ist jetzt richtig schön am Arsch. An wessen Arsch? Am Arsch der Justiz. Oh, okay. Gibt's das schon irgendwie? Ein Urteil wahrscheinlich nicht, das dauert ja immer fünf Jahre. Aber, ja, also das Video, ich fand das Video echt ein bisschen bitter, muss ich sagen. Das war so richtig, weißt du, weil das auch so ein so ein wehrloser Typ, der nichts macht, der chillt da einfach nur rum und dann dachte ich, das Gespräch ist beendet und dann außen nichts tritt er halt drauf. Das ist so ein, so ein Untermenschen-Move. Ja, dass ich hier geladene NS-Sprache benutze fast. Ja, echt armselig. Es gab noch so ein paar Meldungen von dem jungen Syrer, dem es irgendwie gar nicht gut geht seitdem. Also, der ist halt richtig Angst jetzt und hat auch so die Frage gestellt, warum muss das mir passieren und ich hab nichts gemacht. Also, man darf nicht vergessen, klar, es ist irgendwie so ein Vorfall gewesen, irgendwie der an einem Abend stattgefunden hat, so und vielleicht war es auch bisher die erste Erfahrung für den jungen Mann, aber es bleibt eben auch an dir hängen, so noch längere Zeit und so ein Trauma hast du ja auch. Ich kenn's ja auch von mir, also ich bin ja auch schon von Nazis so im Zug, ja, nicht attackiert worden, aber rumgeschubst worden und so, die mir auch gedroht haben und das hängt ja auch noch ein paar, ja, längere Zeit nach auf jeden Fall und mir ging's noch gut und, ähm, mich haben sie nicht getreten oder angespuckt. Hm. Ja. Es hat wieder ein bisschen geleckt, ich weiß nicht, was heute los ist, aber geil, Tino, geil. Ja, sehr geil. Geil, was du da erzählst, wirklich. Und um bei dem Thema zu bleiben, gab's noch so ein Video von, äh, Moment, in Neukölln im Aldi, gab's auch so einen rassistischen Vorfall, als ein Schwarzer einfach einkaufen war und irgendein anderer Typ hat dann irgendwie vor dem Süßigkeitenregal gestanden und extra, ähm, hat sich so ein Schokokuss genommen und ganz laut rumgebrüllt, ähm. Tino, das hatten wir doch. Echt? Ja, das hatten wir in der Folge mit Herr Rodes. Oh. Ja. Ich hab's erst die Woche so richtig, äh, mitbekommen. Tja, da hast du wohl geschlafen. Ich hab zweimal das N-Wort sogar gesagt, zitierenderweise. Hat mich schon, schon für zurechtgewiesen. Das war das gleiche Video. Ich dachte, es wäre ein anderes gewesen. Nee, 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 nee. Vielleicht ist da ein neues rausgekommen, das weiß ich natürlich nicht, aber. Dann, dann nimm es zurück. Dann nimm es zurück. Aber das ist, das hast du perfekt gemacht für eine Überleitung, Tino. Es gibt nämlich genau so einen, äh, äh, dunkelhäutigen Menschen wie diesen im Aldi, nämlich T-Pain. Ich glaub, der irgendwie I'm on a boat oder so, irgendeinen Song mit Lonely Island hat der gemacht. Ist auf jeden Fall so ein Rapper mit Autotune und so. Und der hat, äh, online gezockt, COD, also Call of Duty, für unsere Tino-Zuschauer übersetzt. Okay. Und, ähm, der wurde das Übelste beleidigt und auch mit dem harten Trigger-Wort, ja. Also, richtig, richtig mies. Und dann hat er aber innerhalb von wenigen Sekunden, als, also es war, bevor das Spiel startet, wurde er übelst beleidigt. Und dann hat er innerhalb von wenigen Sekunden das gesamte gegnerische Team alleine ausgelöscht. Und freut sich dabei übelst hart. Und das ist so auf Reddit der Top-Host der Woche geworden. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich für den, dass er so toll gespielt hat. Ja. Stell dir vor, du bist einfach super awake in irgendeinem Spiel und du hast jetzt die Wahl, entweder ich verbessere mich in dem Spiel oder ich beleidige einfach alle Leute, die ich treffe, rassistisch und asozial. Ja. Ja. Oder beides, geht ja auch. Ja. War auf jeden Fall ein geiles Video, geht auch nur eine Minute, kann man sich mal gönnen. Hat ganz, ganz viel Awards bekommen. Genauso wie mein Reddit-Post diese Woche. Ich habe nämlich bei Skateboarding den Top-Post der Woche gemacht. Oh, Glückwunsch. Merkt man, wie ich gerade an meine Nippeln reibe. Ich kann es bis hierhin hören. Ja. Nee, hat mich sehr gefreut, weil ich mache ja schon so ein bisschen weirderen Scheiß, sag ich mal, und nicht höher, schneller, weiter unbedingt. Und hätte nicht gedacht, dass das doch so viel Anklang findet. Aber 113 Kommentare, das ist übelst viel für dieses Subreddit. Und Top-Post der Woche. Vielen Dank dafür. Wer mein Instagram noch nicht ausgecheckt hat und Lust hat auf Skateboarding-Content, guckt da einfach mal vorbei. Und es ist auch interessant für Leute, die nicht selber Skateboard fahren. Da weißt du ja, wie es mir gegangen ist letztens, als ich ja auf Facebook so der große Star war. Ja. Bei der Tagesschau, ja. Das ist ein Erfolg, ein Ruhm, den man so leicht nicht mehr los wird. Obwohl du wahrscheinlich etwas mehr Hass bekommen hast als ich. Ja, ein bisschen vielleicht. Geil. Das ist ja auch eine Form von Anerkennung, oder? Das stimmt. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall meine Reddit-Woche. Richtig gut. Wer keine Anerkennung bekommen hat, ich weiß nicht, es ist schon zwei Wochen glaube ich hier eigentlich, aber du kennst doch Slivikov. Slivki Show. Slivki Show heißt das. Was? Slivki Show. Ich habe mich gerade verlesen. Slivki Show. Das ist dieser, der Dude mit der Katze, der immer so Tutorials macht und sowas. Was? Der spricht immer. Heißt der Slivki? Ja, ne? Ja, Slivki Show. Was? Das ist so ein YouTuber, der macht immer so Tutorials. kennst du den nicht? Nein. Der ist jedenfalls richtig bekannt und hat viele Views und Abonnenten. Slivki Show. Und da tut man so, als würde die Katze die Videos machen, so ein bisschen. Das ist mal echt witzig. Und der hat jetzt einen richtig krassen Shitstorm mit Recht erhalten, weil er eine Kakerlake gequält hat in einem seiner Videos. Hat halt so ein bisschen geschaut, wie robust so eine Kakerlake sein kann. Und hat sie irgendwie erst Zigarettendampf ausgesetzt, bis sie fast tot war. hat sie ertränkt und ins Gefrierfach gelegt und so weiter. Und das gab einen richtig schlimmen Shitstorm. Oh Mann. Ein Jammer. Keine Woche ohne Shitstorm auf YouTubes. Wie wir im Wrestling-Bereich sagen, einen Heald hören. Ja, er war lange Zeit so ein richtig cooler Typ, also wie ich es mitbekommen habe zumindest. Und er hat sich jetzt mit einer Aktion so richtig krass versaut bei Menschen, denen Tiere wichtig sind, auch Käfer und Insekten. Wie Gewitter im Kopf, Alter. Stimmt. Einfach unten durch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die Scheiße schreiben soll. Ganz ehrlich, Slifki Show. Ich kann dir dann mal schicken, wie ich das geschrieben habe. S-L-Y-F-K-Y-Show. Und das hat keine Ergebnisse. Ich glaube, S-L-I-V-K-I. V-K-A. Okay. Slifki Show. Geil. Hast du es? Das haben wir auf AliExpress gekauft. Genau. Der ist das. Aber also, der hat ein Video von gestern, das hat sehr gute Bewertungen. Es scheint nicht der schlimmste Shitstorm gewesen zu sein, wenn ich das hier richtig sehe. Vielleicht ist ein Kakerlake nicht so viel wert wie Menschen, die sich in Japan aufhängen. Kann ja auch sein. Kakerlake lebt noch. Ganz komisch. Ja, echt weird. Es wuchs in mir drinnen. Was sind denn das für beschissene Videotitel, Alter? Ich hatte mal so eine kurze Phase, wo ich echt viele Videos von ihm gesehen habe, weil ich auch seinen Akzent so sehr mochte. Aber habe ihn jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr verfolgt so richtig. Ah, ich glaube, Kakerlake lebt noch, scheint das Video zu sein, Tino. Das ist vom 11.04. Du bist so hinterher. Vom 11.04. Ich habe das erst vor kurzem gesehen. Kakerlake lebt noch. Ja, das ist das. Hier ist das mit der Zigarette, mit dem Rauch. Dann sehen wir es als kleinen Nachtrag einen Monat später. Ja, damit wir dann heute noch ein bisschen über Politik und Laschets und so reden können. Das war es schon fast für mich. Also, ich habe noch eine lustige, kleine Geschichte, dass die NPD in Eisenach hat jetzt verfindet ... Oh. Ich muss bei NPD schon lachen. Ja, kenne ich, kenne ich. Nee, erzähl. Die NPD in Eisenach hat auf Facebook einen Post abgesetzt, dass sie bei der kommenden Kreistagswahl nicht antreten wollen, sondern alle ihre Wähler mobilisieren wollen, die AfD zu wählen. Oha. Das fand ich sehr bezeichnend und das habe ich auch der AfD in Eisenach mal geschickt, den Link zu dem Beitrag. Da haben die nur geschrieben, ja, man kann es sicherlich aussuchen, wer einen unterstützt. Mhm. Crazy. Ja. Also, ohne Distanzierung ... Schön, dass die NPD aufgibt. Ja, also, die wurden ja auch nicht verboten damals, weil sie so unrelevant sind. Mhm. Ja, was für mich nicht unrelevant ist, da muss ich kurz noch drüber abranten, Tino. Ja, bitte. Wird eine kleine Sache sein, die keiner diese Woche wirklich mitbekommen hat. Ähm, es hat eine YouTuberin mit YouTube aufgehört zu ihrem fünfjährigen Jubiläum, weil sie weggestrikt wurde. Die hat ein Tutorial gemacht, wie man die Bohnenschein-Sonate spielt. Ein 220 Jahre altes Lied. Kennst du es vielleicht? Ja, na klar. Kennt eigentlich jeder. Und das wurde halt fucking weggeclaimed. Ja, so ein uraltes Lied, was eigentlich keiner irgendwie wegclaimen kann. Erst recht, ich will was halt, weißt du, man kann Aufnahmen kann man ja claimen, aber Lieder an sich ja nicht. Und sie spielt es halt auf Klavier und wird weggeclaimed. Das ist vor allem uralt. Wir sollen das wegclaimen. Ja, eben. Das Urheberrecht ist ja lang abgelaufen, weil Beethoven ja schon ewig tot ist. Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Und daran sieht man halt mal wieder, wie hässlich dumm Uploadfilter sein können. Und wie reudig das ist. Einer in den Kommentaren, das kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, ob das wirklich so ist, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum er sich das ausdenken sollte. Er hat geschrieben, ich arbeite bei der NASA und es gab einen Takedown für einen NASA-Filmclip von Apollo 13 wegen einer französischen Fernsehstation. Was heißt, YouTube sieht halt, dass die fucking NASA einen Clip hochlädt, der aber, also der Original von denen ist, der aber schon mal verwendet wurde im französischen Nationalfernsehen und strikt das dann automatisch. Es ist alles so dumm. Wir haben jetzt noch einen Monat, bevor Artikel 17 beziehungsweise die Urheberrechtsreform in Deutschland in Kraft tritt. Ich bin sehr gespannt, was die Apokalypse dann mit sich bringt. Ich hoffe, es ist wirklich so fatal, dass die Leute alle richtig durchdrehen und dann endlich mal wirklich einen Grund haben, auf die Straße zu gehen. Denn das, das wird einfach die Scheiße, die geile Scheiße, die man im Internet fabrizieren könnte, sowas von hart einschränken. Das ist so eine Devolution. Vielleicht bin ich auch Schwarzmaler, aber ich glaube es nicht. So wie das aktuell aussieht mit irgendwie, ja, hier, 50 Kilobyte Bildern und irgendwie 200 Zeichentext oder was es war. 160, war es 160, 180, irgend so was. Es ist alles Schwachsinn. Und deswegen nutze ich das gerade auf Instagram noch schön aus, Urheberrechtsmusik zu nutzen, solange es noch quasi geht. Ich sag's, wie es ist, Robin. Wenn wir mal alt sind, können wir unseren Enkeln noch erzählen und Urenkeln noch erzählen und Ur-Ur-Urenkeln erzählen, wie es war mit freiem Internet. Ja, als man echt machen durfte, was man wollte. Ich kenn's noch von vor zehn Jahren, als ich so angefangen hab, so richtig damit, oder ein bisschen früher eigentlich noch, da gab's dann noch so Mega-Upload und auf Pornhub gab's noch keine... Napster. Napster. Und auf Pornhub gab's noch keine, ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, Beschränkungen. Ja, auf Pornhub gab's noch Vergewaltigungen. Nein, aber, ähm, es ist ja so, dass du nur noch Sachen hochladen kannst, äh, wenn du irgendwie bestätigt bist, ja, das, das, das war, das haben sie gemacht, weil es Vergewaltigungen und Sex mit Minderjährigen auf Pornhub gab. Weil sie nicht gewährleisten konnten, dass das, äh, weißt du, dass das alles rechtens ist, was hochgeladen wird bei der Datenmenge. Ist ja auch tendenziell erst mal gut so. Naja. Aber so, weißt du, was ich, was ich meine, so, es war halt echt, als ich, als ich anfing damit, war das alles so offen, so frei. Keiner hat irgendeine Ahnung, auch die Politik hat sich da um nix geschert. Und jetzt, wo die anfangen, die alten Herren und, und die alten Damen in der Politik da einzugreifen, war das Internet richtig, richtig kacke. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf den 7. Juni, der Stichtag, ob dann von einem auf den anderen Tag war. Ich, ich weiß es nicht, ob wirklich die Plattformen alle, von sich aus da wirklich so hinterher sind. Die müssten ja auch die Infrastruktur dafür alles schon eingebaut haben. Und das aber auch nur für den europäischen Markt. Das ist alles so dumm. Und dann wiederum, Proxys gehen irgendwie auch nicht, weil theoretisch gilt das dann auch, wenn ich als Europäer in Amerika was hochlade und so, dann gilt das auch. Das ist alles irgendwie dumm. Dann soll es auch noch rückwirkend gelten. Also macht euch schon mal gefasst, dass vielleicht irgendwie die Hälfte der Uploads auf Nostarafo.tv einfach nicht mehr da sein werden. Ich weiß es nicht. Das wird sehr, sehr interessant. Mach daraus eine Geschäftsidee, Robin. Einfach deine alten Videos alle runterladen und dann verschärbelst du die irgendwie als DVD oder so. Auf dem Schwarzmarkt, auf dem Schwarzmarkt. Hier, illegal, Raubkopiermusik. Ja. Nee, jetzt noch, bevor es illegal ist. Ach nee, keine Ahnung, ist auch schwierig. Ja. Dumm auf jeden Fall. RIP, Kunstfreiheit, ihr Arschlöcher. Ja. Ja, wie gesagt, ich verstehe es ja zu manchen Teilen so, dass das auch Urheberrecht irgendwie geschützt werden muss. Aber ich glaube nicht, dass Uploadfilter das irgendwie verbessern oder irgendwie eine gute Lösung sind. Ach, die sollen sich nicht einscheißen. Ich bin jetzt mal, nee, Tino, ich bin jetzt mal ganz politisch, ja, und sag, zeig mir mal, zeig mir mal einen Künstler, der, der am Hungerstuch nagt, weil sein Urheberrecht verletzt wurde. Zeig mir einen. Ich sag das jetzt ganz profan. Der ist vielleicht nicht so groß geworden deswegen, weil andere sein Content geklaut haben. Nee, das ist halt Bullshit. Wenn, dann wird er größer, wenn andere, vielleicht nicht reicher, aber bekannter, wenn andere sein Content klauen. Ja, aber ich kenn's auch von mir auch, als ich mal dieses eine Video da gefilmt habe, was dann so viel, so eine halbe Million Aufrufe bekommen hatte. Und da gab's Leute, also die ersten Wochen, die hatten dann mein Video runtergeladen, neu hochgeladen, hatten mehr Aufrufe als ich und hab dann Werbung davor geschalten. Weißt du? Und ich bin ja nur so ein Noob, der darauf nicht angewiesen ist, aber wäre ich jetzt irgendwie ein Künstler, dann wäre das doch ziemlich scheiße, dass andere irgendwie Werbereinnahmen bekommen. Richtig, Tino. Da rufe ich auch gar nicht so auf. Ich sage seit Jahr und Tag Creative Commons is the way. Und wenn in diesem Video, in diesem Reupload gestanden hätte, dass das, also ja, wie gesagt, man wird nicht reicher, aber fuck off mit deinem scheiß Geld andauernd. Man wird nicht reicher, aber wenn in diesem Video, in dem Reupload gestanden hätte, Original von Tinko Anrancher oder sowas, weißt du, oder Link zu deinem Kanal und oder alles, beides zusammen, dann sehe ich da weniger Probleme. Es mag im Kleinen vielleicht so sein, aber ich versesse mich so ein bisschen in die Lage von wirklich großen Filmproduktionen, die dann Millionen reinstecken in so einen Film und ganz viel Zeit, Energie und Darsteller und so weiter und dann kommt der Film irgendwie schon. Das sagt doch keiner was, dass jemand einfach den Film auf YouTube hochladen soll, darum geht es doch gar nicht. Das ist ja auch ein Fringe Case, dass Videos eins zu eins hochgeladen werden. Ich rede von der Verarbeitung oder von, wenn ich einen Song verwende oder so, dann ist das Promo für den Künstler, man. Ja, wenn es begrenzt wird, also wenn es verarbeitet wird. Ich rede nicht davon, irgendwie ein Album von einem Künstler komplett ungeschnitten irgendwo hochzuladen, obwohl ich da auch Leuten sehr für dankbar bin. Davon rede ich gar nicht. Das soll von mir aus nicht koscher sein, aber weißt du, was ich meine so? Ich verwende einen Song von einem Künstler in einem Video von mir, was wahrscheinlich den Song auch noch zerschnippelt aus irgendwelchen humoristischen Effekten oder weil es besser passt oder so. Und dann denken sich die Leute, wie oft, wie viele habe ich weggestoßen, Tino? Wie viele Künstler habe ich groß gemacht? Ja? Dann siehst du in den Kommentaren, oh, ich bin hier durch NostarafoTV Video Upload, übelst geile Musik, geil, yo. Ich habe es doch, ich habe es doch zehn Jahre, habe ich es doch miterlebt, Tino. Ja, das ist ja okay. Und sie werden ja reicher, aber bekannter. Es wird ja auch Künstler geben, es wird ja auch Künstler geben, die das vielleicht nicht wollen. Ja, dann haben die halt gelitten. Die wollen die Kontrolle haben über das, wo ihre Kunst verarbeitet wird oder wo sie benutzt wird. Ja, und das gab es ja auch bis jetzt immer noch. Dann konnte man immer noch wegclaimen oder wegstriken lassen. Das ging ja auch bisher. Das Problem ist ja, dass die Plattform, im Kern verstehe ich den Ansatz natürlich, dass die Plattformen haften sollen für das, was Leute hochladen. Ich kann das schon im Kern nachvollziehen, ich finde es nur trotzdem auch dumm. Das verstehe ich wiederum nicht, warum die Plattformen haften müssen, weil sie ja letztendlich schon eine Plattform bieten und Menschen das ja frei benutzen, dass sie ihre eigenen Plattformen machen. Ja, wie gesagt, ich finde es auch dumm an sich, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Diese Denke bei den CDU-Lon und Axel Fosses. Das liegt halt daran, dass nur alte Menschen in den Parlamenten sitzen und zu wenig junge Menschen. Es braucht Menschen wie, wie, weiß ich nicht, also Daniel Graz zum Beispiel. Luisa Neubauer. Und sowas. Ich wollte eigentlich nur elegant überleiten. Aber ja. Do it. Es braucht junge Menschen in der Politik. Ja, ich habe nämlich gesehen, du hast einen Beitrag von Jendrik, meinem Cousin-Neffen, geliked. Und zwar hat die Tagesschau, ich bin da nicht reingelesen, ich habe gesehen, Tino gefällt das, der wird es schon wissen. Die Tagesschau hat ein Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig angezeigt, also einen Facebook-Post gemacht. Um was geht es da genau? Ich habe es echt jetzt nicht nochmal nachgelesen, irgendwie ein Gerichtsurteil gab es. Das ist schon ein paar Tage her, ich kann es dem Einzelnen auch nicht mehr erklären, ich habe es zwar durchgelesen, aber da ging es so ein bisschen darum, dass diese Klimaziele, dass die anfechtbar waren und auch aufgrund, also wie ich es verstanden habe, auch aufgrund dessen, weil es ja bisher auch schon andere Klimaziele gab und irgendwelche Gesetze, aber die eh nicht eingehalten worden sind oder halt auch nur eine Art, wie kann man sagen, Beruhigung waren, aber gar nicht wirklich funktionieren und sowas ging es unter anderem. Was ich ja das Spannende daran finde, ist, dass das Gericht geurteilt hat, dass es verfassungswidrig ist, wenn die aktuelle Generation alle Probleme ignoriert, nicht rausschauend handelt und der nachfolgenden Generation die ganze Scheiße hinterlässt. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Präzedenzfall und ich hoffe, dass anhand dessen vielleicht sich irgendwie jetzt mal was dreht. Und die schieben auch mal alles nach hinten, ja, wir steigen 2035 da aus und machen bis dahin da Schluss, aber selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden mit dem Schein, eigentlich schon vorgestern und selbst das ist schon fast unrealistisch und also noch irgendwas zu drehen, also ich weiß nicht, wir sind am Arsch, glaube ich. Ich bin nicht mehr optimistisch, was das angeht. Schon lange nicht mehr. Ja, das Maß ist voll. Ist voll. Der Drops ist gelutscht, wenn du mich fragst. Ja, Maßen, auch ein guter Drops, den keiner lutschen will. Was ist denn da los? Ich wollte es fast gar nicht ansprechen. Ich wollte es fast nicht ansprechen, weil ich dachte, es geht zu tief in die Materie rein, aber es... Oh doch, Tino, geht tief in meine Materie rein. Hm, gerne. Maßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, der NSU-Akten geschreddert haben soll und ja, die AfD beraten hatte, wie sie nicht beobachtet werden können und so weiter, also sich sehr auf die rechte Seite geschlagen haben soll, tritt jetzt für die CDU für die Bundestagswahl an, hier in einem Thüringer Wahlkreis, mit dem man nichts zu tun hat. Also es ist... Man darf das machen, man darf auch... Also auch du dürftest für irgendeine Partei im Saarland antreten, in irgendeinem kleinen Kaff. Das ist möglich, aber halt immer irgendwie albern, weil die Menschen die ja eigentlich nicht kennen oder keinen Bezug zu dir haben oder du keinen Bezug zu ihnen hast. Jedenfalls wurde hier jetzt hier im Küffelhäuser-Kreis, glaube ich, der Maasten für die CDU aufgestellt und das finden viele Menschen nicht gut, weil er halt wirklich sehr weit rechts steht. Ich habe nur eine Zeile gelesen, dass er eine Kooperation mit der AfD nicht ausschließt. Man weiß ja nie, es muss gemeinsame Werte geben und die sieht er aktuell eher nicht, aber man weiß ja nie. Also bei der Koalitionsfrage, das heißt der Maaßen, der öffnet sich, Tino. Das Maaßen ist voll, wenn du mich fragst. Ja, der öffnet sich für deinen Satanschuh. Der Maaßen ist voll. Das ist ein gutes Plakat, glaube ich. Der Maaßen ist voll. Gibst du das gleich an deinen komischen Satireführer oder weiter? Ja, sofort. Geil. Der hört eh zu. Ja, also, das wird eine gute Shitshow, das alles. Gibt's eine zweite Mutti? Was ist jetzt dein Guess, Tino? Ich glaube, dass die Grünen das rocken. Ich glaub schon. Es gibt halt schon wieder die ersten so Kampagnen gegen sie und so weiter und auch gegen andere Grüne, wie jetzt Habeck, der in einem Buch geschrieben hat, dass er Vaterlandsliebe zum Kotzen findet. Aber das ist für mich halt nochmal ein Grund mehr, ihn zu wählen. Auch wenn er jetzt nicht zur Wahl steht, aber es wird halt versucht, irgendwie aus der Mitte heraus die Grünen unwählbar zu machen mit solchen alten Schlammschlachten. Aber ich denke, dass die Grünen ganz oben bleiben, ich persönlich. Ich glaub schon. Ja, es ist alles super geil in der Politik. Grüne, hab ich ja auch schon mal gesagt, haben halt einen clever gewählten Namen. Ja. zumindest dahingehend kann ich das schon mal befürworten, dass eventuell auch da eine gewisse Strahlwirkung ist. Ey, wir müssen in irgendeiner Form grüner werden, auch wenn es nicht auf die Partei bezogen ist, sondern auf die Zukunft des Planeten. Und anhand der gestrigen Veranstaltung kann ich mir halt auch wirklich vorstellen, dass solche Leute, ich mein, wen wählen die denn? Leute, die jetzt sagen, ey, ich leg mir einen Stein auf den Kopf und fress ein paar Schüsselersalze rein und dann geht's mir wieder gut, die wählen doch auch am ehesten Grün, oder nicht? Das ist das Traurige, dass tatsächlich sehr viele Intellektuelle und auch viele, die zu Umweltschutz neigen und so weiter, also esoterisch, also nicht esoterisch, sondern ökologisch veranlagt sind, dass die auch, ja, an so einen Unsinn glauben, also esoterisch sind und auch gerne mal rechts wählen. Und auch die Grünen, ich hab den Faden so ein bisschen verloren. Ja, aber ich würde nicht sagen, die typische Waldorf-Mutti, sag ich jetzt mal, ganz stereotypisch, die wählt ja schon eher Grün als AfD oder sowas oder auch CDU. Ja, das schon. Deswegen, ich denke mal, dass auch diese Querdenken-Bewegung den Grünen hilft. Darauf will ich eigentlich hinaus. Nee, ich wollte grad, was ich grad sagen wollte ist, dass tatsächlich auch viele ehemalige Grünen-Wähler jetzt so krass in dieser Esoterik-Schiene sind und dieser Corona-Löckungsschiene, dass sie dazu tendieren, blau zu wählen, also die AfD zu wählen. Aber die sind ja noch laut Umfragen eher rückschrittig. Ja, noch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die AfD öfter in Umfragen geringer ausgefallen war als dann am Ende. Ja, ist richtig. Ich will auch gar nicht trauen, das zu sagen, wenn sie gefragt werden. Umfrage, Schmummfrage, ist korrekt, ist korrekt. Wir werden sehen. Deswegen wird das Jahr sehr, sehr spannend, schon aufgrund auch der Landtagswahlen in Thüringen, die ja auch jetzt stattfinden sollen. Es ist einfach, es ist mein Jahr, also ich freue mich voll drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass die AfD das auch zulegen könnte, gerade jetzt zwar auch irgendwie die CDU-Stimmen verliert und so weiter, weil ja jetzt nicht alle irgendwie liberal wählen. es kann auch sein, dass echt viele jetzt zur AfD rüber wechseln und zu den Grünen, dass die, man sagt, in Anführungsstrichen radikaleren Ränder jetzt gewinnen könnten. Also wenn das wirklich so ist, ist es schon witzig, weil AfD und Grüne sind auch auf einer gewissen Art und Weise sehr antagonistisch. Also die AfD sagt ja auch immer, ja die Grünen, die wollten vor 20 Jahren mal irgendwie Sex mit Kindern oder so. Diese Geschichten kommen da dann irgendwie immer wieder. Und links-Grün-Versifft ist ja auch so ein Schlacht, so ein Schubladendenken-Begriff, der andauernd rumgeschmissen wird. Ja, und ich finde die Grünen auch nicht nur geil oder die Linke oder so. Das sind ja alles Parteien, die ich am ehesten gut finde. Aber wenn ich so mir ihre Wahlprogramme angucke, sehe ich doch sehr vieles, was mir irgendwie nicht gefällt. Und man muss halt immer so ein bisschen gucken, wer könnte Chancen haben. wenn man das kleinste Übel wählt, oder? Ja, aber was willst du machen? Also ich verstehe schon die Menschen, die kleinere Parteien nicht wählen, aus Angst, dass sie eh nicht im Bundestag kommen. Und ich bin total gegen diese Prozenthürden, die es da gibt. Fünf Prozent für den Bundestag und ich glaube drei Prozent für den Landtag. Finde ich völliger Unfug. Ich bin definitiv für geranktes Voten. Also irgendwie fünf oder so oder eine, die du gar nicht willst. Weißt du, wie ich es meine? Ja, stimmt. Stimme eins bekommt am meisten Punkte, Stimme zwei und Stimme drei und so weiter. Und wenn dann nämlich plötzlich bei 80 Prozent der Leute AfD auf dem letzten Platz ist, weißt du, Baba, Baba, so und das taucht halt aktuell gar nicht auf. Welche Partei willst du auf keinen Fall? Das ist halt nicht repräsentiert. Aber dann kann es auch passieren, dass da die unauffälligen Parteien da eine ganze Stimme abkassieren, weil ja bei denen keiner Minuspunkte bekommt. Weißt du? Weil die, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Grüne... Wenn man eine Top 3 oder eine Top 5 macht, dann kriegen die ja alle einfach keine Punkte. Aber dann kriegt, wenn in 80 Prozent der Leute auch in den Top 3 oder Top 5 keine AfD ist. Weißt du? Da sind dann auch die Violetten, die Grauen Panther und so, die sind dann auch da nicht drin. Das gibt es ja auch so in der Art bei der Kreistagswahl. Da kannst du ja auch drei Stimmen verteilen. Das gibt es ja auch schon. Das ist geil. Da kannst du drei Stimmen an einer Partei geben oder die aufteilen in jeweils eine Stimme. Das gibt es. Fände ich gar nicht schlecht für die Bundestagswahl, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass es jetzt irgendwelche Nachteile gibt, die wir nicht bedenken aktuell, aber fände ich einen kluger Anstoß. Ich bedenke immer alles. Ich bedenke vor allem auch die fortgeschrittene Zeit, Tino. Hast du noch was ganz Wichtiges, was dir auf den Lippen brennt? Es gab noch eine ganz doofe Geschichte in der Betreuungseinrichtung in Potsdam. Da gab es ein Blutbad in der Betreuungseinrichtung für behinderte Menschen. Das klingt ungesund, war ein Baden in Blut. Ja, eben. Also das ist ja nicht gesund für irgendwen und stinkt auch. Und eine Mitarbeiterin soll dafür vier Tote erschossen, also vier Menschen erschossen haben. What? Und hat dann dieses Blutbad angerichtet. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das ist diese Woche passiert, ja. Genau. Und bisher schweigt sie halt zu ihren Motiven. Vielleicht ist sie ja selber so ein bisschen, ich will nicht sagen verrückt, aber so ein bisschen psychisch eingeschränkt. Kann ja sein. Man weiß es aktuell nicht. Vielleicht war das aktive Sterbehilfe. Ja, aber sehr aktiv. Ja. Ja, asozial. Lass das mal. Drecksau. Ja. Mein politischer Kommentar dazu. Warum müssen Leute immer dumm sein? Wir können noch kurz anreißen. Also ich fand es sehr spannend, letzte Woche, dass echt viele, viele Kommentare kamen, also mehr als sonst und auch an mich Nachrichten herangetreten sind zum Thema, also ich will jetzt nicht nochmal aufgreifen, aber das Thema Gendern hat ja sehr viele ... Ich will jetzt nicht nochmal aufgreifen, aber ... Ich will nur sagen, dass es sich bewegt hat, uns anzuschreiben, also mich zumindest, und dass es für mich Zuspruch gab und auch in den Kommentaren ein paar, die gegen mich, also die gegen das Gendern sind. Und ich finde es cool, wenn unser Podcast es schafft, so ein bisschen auch zu ... zur Diskussion anzuregen und dass auch ich neue Standpunkte lesen durfte und ich auch sehen konnte, dass ich nicht alleine bin mit der Meinung. Das ist halt immer recht cool. Also mir hat es gefallen, ein Feedback zu bekommen. Macht das gerne öfter, liebe Leute. Schreibt uns eure Gedanken zu dem Podcast. Sehr, sehr gerne. Ich höre mir gerne gegnerische Meinungen an, auch wenn sie falsch sind. Ja, genau. Nein, das ist immer sehr, sehr geil, wenn Leute wirklich hier angeregt sind, ganz viel zu kommentieren. Das ist ein großer Spaß, freut mich sehr. Und jetzt habt ihr einen Tag weniger zu kommentieren, bis die nächste Folge kommt. Denn es ist Montag. Ich hoffe, wir haben einen schönen Montag und wir sehen uns heute Abend bei mir im Livestream. Tino, was geht mal in der Woche? Also ich fand es sehr heftig aufgrund der ganzen dieser rassistischen Videos und 1. Mai und so. Also für mich war es eine sehr spannende Woche. Ich will nicht sagen geile Woche, weil es scheiß Sachen gewesen sind. Aber es war halt für mich sehr aufregend. Also ich gehe schon auf eine... Ich wäre fast bei einer 8. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Eine Sache habe ich sogar noch gar nicht angesprochen. Rudi Giuliani, der ehemalige Anwalt und bester Kumpel von Trump, der hatte seine Wohnung geradet bekommen diese Woche. Mal gucken, ob da noch was rauskommt. Auch Matt Gaetz. Ja, Polizei, FBI, open up. Ah. Und so clever wie dieser Mann ist, hat er da bestimmt belastendes Material noch vorliegen gehabt. Und wenn das so eine hochrangige, wirklich bekannte Person ist, dann passiert das nicht einfach so. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch rauskommt. Matt Gaetz ist ziemlich am Arsch. Das ist der mit der 17-Jährigen. Da kam jetzt raus, dass der auf jeden Fall auch Geld bezahlt hat, um Sex mit so einer Minderjährigen zu haben. Das war eine ganz komische Überschrift. Der Wingman hat das gesagt. Aber im Endeffekt ist das eher so ein Sex-Trafficker und nicht der fucking Wingman. Das ist doch nicht mein Wingman, wenn mir jemand Geld entgegennimmt, dass ich Sex mit einer 17-Jährigen habe. Was ist das für ein Wingman? Das ist eine komische Auslegung des Begriffs Wingman. Ja. Na gut. Gehen wir bei der 8 beide mit, denn wir hatten ja hier also richtig in Weimar-Stimmung ohne Ende. Geile Videos, virale Posts. Geil. Einfach geil. Top-Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Oh ja. Yippie. Oh, ich freue mich. Au. Ah. Oh mein, au, ah, meine Ohren. Das ist gerade so laute Musik. Es tut schon wieder weh. Ich fasse es nicht. Es tut wieder weh. Es tut wieder weh. Gut. Tschüss. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020